So, liebe Freunde, hier ist nochmal der Oliver von Lennverden Open Air und ich bin hier wieder bei der Band Jelly Bay in Kiel. Jelly Bay kommt eigentlich aus Flensburg, aber hat hier heute in Kiel gespielt und ich habe eine gute Nachricht für euch. Jelly Bay stiftet etwas, was wir für euch verlosen können. Axel, Alex, tut mir leid, ich wollte dich mal testen. Also Alex, willst du unseren Zuschauern mal erklären, was ihr stiftet? Ja, das kann ich gut machen. Wir haben uns überlegt, wir spenden drei Jelly Bay T-Shirts und dazu natürlich noch drei Jelly Bay CDs mit dem Titel Light Up. Nee, doch. Geil. Gern geschehen. Das ist doch cool. Leute, wenn ihr dieses Video seht, dann schreibt einen Kommentar unter dieses Video auf Facebook, ja, möglichst lustig. Und unter denen, die dabei sind, verlosen wir diese CDs und T-Shirts. Und die Verlosung geht noch bis Sonntagabend. Seid dabei. Bis denn.